Hallo und herzlich willkommen zu Mario Kart 9, äh nein, Kirby und das vergessene Land, in der Rennpistenraserei. Bin gespannt. Ich denke, aber wir müssen, naja, die Piste abfahren. Also, lass uns mal überraschen. So, stehen da alle wieder an. Steht erstmal ein drauf, zack. Hier ist mein Auto. Unser Auto. Dein Auto. Ich tue RCS Auto. Okay. Achso, nee, das wollte ich nicht. Noch einer mit. Und jetzt hier rein. Das ist so geil. Das ist so geil. Okay. Kann man hier D kaputt fahren? Nein. Beauty. Okay, okay. Ja, ich will so viel wie möglich auch kaputt machen. Ich meine, da könnte ich mal irgendwas drin verstecken, was wir gebrauchen können. Oh, da hätte ich springen müssen. Da habe ich zu spät geschaltet. Okay. 25,23,334. Aha, wir haben alles freigeschaltet. Geil. Nice. Okay. Okay. Nur ausspucken. Okay, ist aber machbar. Äh, das brauchen wir nicht, nö. Das ist mal schön, was zu essen für uns. Ein Flan, ein Münzen und ein Wolli. Sehr schön. Ich brauche den enger als 25 Sekunden. Das wäre doch gelogen. Oh. Sollen wir so einen mal mitnehmen? Danke dafür. Ja, Herr Igel. Ah, ist ja krass. Das Ding ist ja jetzt so übelst mächtig geworden. Durch die Blaupause dann, ne? Okay. Putzer. Hambach. Okay, da gibt's was. Was sind wir hier? Ah, schön, was zu essen. So einen schönen Hotdog, ne? Ja, das wäre schon was. Boah, das Ding ist ja... Hier geht übrigens was. Also, okay. So können wir hier irgendwas finden? Nee, eigentlich nicht so, ne? Schade, ich dachte, wir irgendwas... Nee, ganz normale Bank. Warum ist die aber so komisch hier? Hahaha. Den hat's aber weggehauen. Okay. Ah, schon was über. Weißt, da bin ich gespannt, was drin ist. So. Zack. Okay, da oben. Diesmal gehen wir erst da ran. Jetzt, jetzt, jetzt wissen wir's. Okay. Das ist unnormal. Ist ja nicht mehr schön. Ist ja wie cheatin. Oh, wie weit er die auch wirft. Okay. Das war jetzt, äh, nicht allzu schwer. Oh, ach was. Geh auf Zeit. Okay. Oh, da ist ja eine Treppe, die hoch geht. Nicht übersehen. Fast gut versteckt. Oh, nice. Was haben wir hier? Ein Lutscher. Ach so, dann haben wir diesen Modus. Ja, alles klar. Was bringt ihr uns hin? Nein. Na ja, gut. Ja. Und ich muss eher das absuchen hier, von daher. Na ja, na ja, gut. Alles gut. Rüber. Kommen wir da hoch? Nee. Okay, gehen wir weiter. Okay, weil jetzt ein bisschen wenig Autorennen muss, ich sagen, ne? Dafür, dass das hier die Rennpiste ist. Aber gut. Oha. Okay, damit können wir den aber ordentlich. Oha, wie viel wir den abgezogen haben. Okay. Er rennt halt auch noch direkt rein, Degloth. Okay, okay. Warte, warte, warte. Jetzt haben wir nicht. Oh, die Dinger können wir nicht kaputt machen, ne? Nee, jetzt sind wir nicht da noch raus. Okay. Sollen wir den mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen mal hier ein Ding mit. Ohne Blaupause. Für? Großes Schwert. Weiß. Ich höre hier. Police. Ich habe, ich habe ihn gefunden, den Geheimgang. Ach was, Leute. Die Asi. Hier rein. Oha. Das fand ich einfach. Zufällig gesehen. Okay. Okay. Sehr schön. Haben wir auch fast alle. Einer kommt noch. Okay. So. Hier können wir uns gleich vollstopfen. Okay, das nächste Rennen. Nicht vergessen. Zu, ähm, zu springen. Okay. Direkt Turbo rein, ne? Okay. Das hat mir abkürzen können. Das hat mir abkürzen können. den zweiten Anlauf. Vielleicht hilft uns das ja trotzdem weiter. Da konnten wir nicht hoch. Schade. Okay, I don't know. Ich denke, wir müssen dran vorbeifahren. Ja. Wir sind gut. Wir sind richtig gute Rennfahrer, Leute. Jawohl. Nein. 50 Sekunden. Also. Das können wir jetzt nicht auf uns setzen lassen. Weil sieben Sekunden sind viel. Das sind viel. Wo haben wir denn so langsam? Okay. Ich bin gespannt. Nochmal. Komm. Jetzt will ich es wissen. Ich frage, ob wir hier schon runter können. Ja. Krass. Okay. Oh, Leute. Das war knapp. Nein. Da müssen wir wohl nochmal ran. Oh, nein. Das hat auch Zeit gekostet. Nein. 25 Millisekunden. Okay. Okay. Wenn wir nicht. Was ist das? Rische durch die Pappkistenabkürzung. Ach so. Okay. Nochmal. Ich will es wissen, Leute. Shit. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Komm. Sorg ein. Das Ding. Und los. Das ist halt nicht viel Platz, ne? Das ist halt insane. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Drehen sie sich anders? Weck. Weck. Tryhard-Mode. Okay. Wie schneller man ist, ist es so stümperhaft, da stehen die Idioten hier. Ah, es geht aber. Ich rechne mit 48. Auch 44 sogar. Nice, Leute. Also war doch klar. First try. Erster Versuch für uns. Okay. Jawohl. Gerne geschehen. Okay. Jawohl. Haben wir alle? Ich weiß nicht. Ich glaube, könnte sein, dass für uns einer fehlt, ne? Ein Geheimer. Okay. Ist hier noch irgendwas, was wir machen müssen? Ein bisschen Geld holen. Okay. Müssen die Blaupause wegbringen? Weil ich nur... Was? Zwei Geheimer? Erreiche das Ziel des ersten Rennens innerhalb von 20 Sekunden? Aha. Gut, müssen wir nicht jetzt machen. Pixel. In der neuen Welt hat sich Pixel vor allem durch seine spitzen Stachelnennahmen gemacht. Als es noch klein war, waren diese noch stummelig. Doch irgendwann wurden aus ihm gefährliche Waffen. Wer Pixel zu nahe kommt, kriegt dies zu spüren. Bei Angst vor Nadeln. Also lieber Abstand halten. Das würde ich auch sagen. Erinnern wir schon. Die Gestopfer-Kirby. Den haben wir, ne? Haben wir den? Ich glaube, ja. Sir Kibble. Okay. 20 Sekunden. Das erste Rennen. Was hatten wir gebraucht? I don't know. Ich hab's vergessen. Gehen wir mal zurück nach Woldi-Stadt. Ja, alles klar. Alles gut. Okay. Die müssen wir dann auch wieder machen. Vielleicht machen wir die im Anschluss. Also. Schwierigkeit 2. Hier den Bumerang-Schatz können wir mal machen. Nur eine 1er Schwierigkeit. Und dann machen wir noch schnell die Blaupausen. Dann ist die Folge auch schon wieder um. Was? Ach so. Vielleicht soll ich lesen, was da steht. Das wäre natürlich... Also wäre gut. Auf jeden Fall. Zauber. Auch nicht genau die richtigen Minispiele für mich, ne? Kann ich ja sagen. Okay. Okay. Ja. Zauber. Da sind wir auch schon. Sehr schön. Ich denke, in der Zeit sind wir nicht geblieben. Am Anfang haben wir echt Zeit verloren. 45. Naja. Komm. Die paar Münzen mehr. So. Jawohl. Jetzt können wir... Ja. Alles klar. Haben wir gut geschafft. Mal schnell zurückhuschen. Ja. Ausblick genießen. Nice. Wir haben schon richtig viel geschafft, Leute. Bin gespannt, wie groß das Ganze wird. Oder wie groß das Ganze ist. Oder die Stadt. Jawohl. Ja. Das wissen wir. Auch das wissen wir. Alles klar. So. Aha. Servus, Bruni. Okay. Ich denke, das können wir... Können wir skippen. Geht nur leider nicht. Okay. Ja. Und der Hammer. Nice. Okay. Kraft, Tempo. Oh Gott. Der hat übelst viel Kraft dann. Aber weniger Tempo. Aber egal. Wir wechseln sie alle. Solid Guides. Okay. Oha. Das ist... Das ist nicht mehr das Master Schwert. Ich sag's euch. Alter Schwede. Okay. Der wird überall besser. Nicht schlecht. Okay. Okay. Zum Spielzeugkammer. Geil. Das ist ja krass. Mega. Geil. Okay, Leute. Auf der Stelle würde ich dann sagen, wir beenden die Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da geht's weiter. Auf der... Auf der Map. Gucken nochmal eben, wo wir jetzt als nächstes im Freizeitpark hin müssen, können, dürfen. Je nachdem, wie man sehen will. So, erstmal wieder über die Natur-Ebene. Ewig-Blaue Küste. Kann man da so ein bisschen... Nee, gucken kann man hier nicht, ne? Da geht's ins Eis-Level. Und dahinter sind vielleicht noch ein, zwei. Ich weiß nicht. Okay. So. Das nächste wäre für uns... Invasion im Horrorhaus. Ich hoffe, ihr habt keine Angst. Ich schon. Aber egal. Ist er bestimmt noch? Nee, okay. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lass es euch gut gehen, ne? Bis morgen. Tschüss.